Hallihallo, Löhle, zurück zu ESO, weiter geht's. Ja, wir müssen den Meister Aram jetzt nicht besiegen. Der ist irgendwie ein bisschen böse geworden. Die Narren haben nicht die Stärke mir gegenüber zu treten. Daher schicken sie ein... Ich freue mich schon darauf, Schädel in meine Sammlung aufzunehmen. Ja, ja. Mich auch. Ich habe Unsterblichkeit erlangt. Kann nicht sein. Doch, kann sein. Das kann doch sein. Das war klar gar nicht. War ein bisschen gezaubert, das war es aber auch. Achso. Äh. Äh, was weiß ich. Und so? Nein. Ja, 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 ja. Und du? Habt ihr eure Wahl... Meisterin... Das ist genau der Grund. Sowohl Raifa als auch... Das ist genau das, was jüngeren Tafa Admakela auch gesagt hat. Doch ich frage euch, wenn Meisterin Fadalia stirbt, das ist genau das, was jünger Raifa Afhabar auch gesagt hat. Doch ich frage... In Wahrheit, Fadalia, euer Leben wird verschont. Geht und kehrt niemals zurück. Nein, ich muss für mein Verbrechen bezahlen. Ich kann mit der Schande nicht leben. Eine Außenstehende begnadigt diese Verräterin. Damit will ich nichts zu tun haben. Erinnert euch an das Rätsel des Meisters. Verbeugt euch und nehmt euer Exil ehrenhaft an. Ich verzeiht. Es ist meine Pflicht. Ich werde es gern annehmen. Bist dich hier. Hau ab. Auf dem sollt ihr durch die Wüste streifen und unser Volk beschützen. So steht es geschrieben. Meisterin, seid unbesorgt. Ich werde die Schule für euch... Ich kann... Es wird weitergehen. Oh ja, auch nicht. Auch kein Schwert. Jo, und ich liege es klinge auch abgeschlossen. Jo, was machen wir jetzt noch? Mal gucken. Ach, da ist noch was. Okay, dann gehen wir da hin. Hier vielleicht? Okay. So fahren ganz woanders. Ach, da hinten wieder. Ach, auch den Mist. Ja, gehen wir da hin, wa? Na, also nach Westen. Genau. Boah, ist bald gut. Haben die auch einen Scheiß-Bildern. Mein Gott. Ich nehme gerade auf. Ein Brunnen. Ah, da ist wieder ein Anker. Ich habe gerade gesehen. Die Oase des Kunsthändwerks. Erstmal das hier. So, haben wir auch. Äh, hier ist noch was. Musi. Hallo, Musi. Äh, was denn? Was ist los? Ich möchte mal graben für dich. Komm. Grabt im Sand. Ja, Musi. Ich kümmer schon. Moment, Hundi. Nicht so schnell. Alte Frau ist kein D-Zug. Oh, da hinten auch noch. Okay. Können wir da auch noch buddeln. Wenn du deinen Knochen wieder hast. Musi. Nicht so schnell. Meine Hitze. Bin man nicht fällig? Mein Gott, Musi. Willst du hin? Schädel. Hm? Ich habe doch nur einen Knochen. Unglaublich. Meine süße Musi hat euch zu meinen Knochen geführt. Nicht wahr? Das ist echt. Ja, Kriegstiefel. Ich habe schon wieder schwer, oder? Oder, 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 oder? Ja, schwer. Nee, nee, nee. Ist immer da beinahe. Mittel. Nee, lohnt sich nicht. Nee, 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 nee. Taille? Auch nichts. Manika brauche ich nicht. Nicht wirklich. Ist schwer. Haben wir nichts. War auch nichts. Okay. Okay. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Was ist denn Sinn? Auch hier, ne? Ach, genau. Hier oben hin. Up in den Norden. Da ist noch ein Blickschein der Kulati-Mine. Da kann man bestimmt eine gute Sandburg bauen. Richtig schön groß. Da muss man so. Da sehe ich nichts. Nö, da sehe ich auch nichts. Ach, das ist ein Lagerfeuer. Geh mal, da ist mein. Da, Lagerfeuer. Selbstrückgrat. Ach, das ist noch was. Ach klar, wie viele Götterlosen. Wie, du bist götterlos? Nein. Nein. Nee, will ich nicht. Will nicht helfen. Bessen Hochzeit. Ein Büchlein. Lalalala. Geh mal. Die Hälfte ist ja schon. Ich nehme mal fünf. Natürlich ist es immer langsamer worden. Hm. Hm. Schnitzel, der Gütelbo. Hm. Tag, Keule. Wie geht's? Wer? Wer? Wie wer? Wer? Wer, Herr? Der? Wer? 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 Der? Sprecht nicht. Ich suche über... Hm. Äh. Was sind da? Wilbur. Ne, Wildor. Wildor, der Gütelose. Ist hier unten. Ach, da unten. Ah. Nein, bin ich nicht. Ich bin auf der Durchreise. Schau mich hier noch ein bisschen um. Guck mal, was hier so bei euch abgeht. Wer ist das hier? Ja. Gold für die Mitgift. Das hat mir früher den Ehepaaren mitgegeben. Die Stadt ist sehr ehrliche Leben. Mit Gift, glaub ich, heute nicht mehr gemacht, oder? Außer in Indien, glaub ich, die machen noch sowas. Türkei, glaub ich, auch. Ach, weiß ich nicht so genau. Keine Ahnung. Aber bei uns Christen ist das eigentlich nicht so. Nur für die Toten ist dieser Krieg zu Ende. Geschenke, ja. Aber wenn es nicht direkt mitgibt. Ist ein bisschen größer als ein Geschenk. Bisschen mehr wert. Bisschen mehr wert. Betrachten. Pff. Breche! Gütte, Lose! Ja, ja, da. Ruhe für die Mitgift. Lasse. Da seid ihr ja, ihr Schwindler! Wer's tot? Da ist ja gar nichts drauf ey, mein Gott. Da wurde ich ja nicht mal warm bei. Ah, vielleicht kriege ich die Quest noch komplett fertig. Was soll das? Mein Bogen schießt will? Ihr habt ja nichts drauf, Leute. Willst du dich schämen oder was? Hast du Angst? Oh, bisschen Gold. So, her von hinzu. Ach, ihr seid noch an. Ja, 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 ja. Mal noch Schlüssel finden, mein Gott. Da stellt sich ein bisschen eine Menge. Beim Viernetzbullen, schön. Da, 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 da. Oh, Schlüssel. Wo haben wir denn Schlüssel? Schnauze. Suchst du Schlüsseln? Außenrum. Wie außenrum. Innen die Schlüssel. Okay. mit ihm entschuldigung entschuldigung ja verrate ich aber nicht was ich suche es ist so geheimnisvoll ich glaube ich nicht mehr viel sein dann mach ich die question noch fertig das ist nicht mehr viel kommen zu reindlich los kollege zeit für ein duell was das ist ja ich hab dir von der mitgift meiner tochter genug wie voll sind alles 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 vollbrechend Volk nichts mehr tragen was spät gesehen ich ergebe mich ich gestehe meine niederlage ein ich kann nicht glauben dass ihr mich geschlagen kannst du mal sehen so was wisst du noch nein nein nee ja krass das war das DIY d перед d ich hab seine hypni auf 0 gebracht ja fast auf Null, hat noch ein bisschen gehabt da la da, da da Ja, du mich auch. Ach, schieß ich denn. Was ist denn hier rechts? Das ist ja nichts. Nö. Das Auge sieht alles. Ah, tach, Prost. Mein Vater, gut. Ja, ja. Jo, was war's denn? Haben wir noch dieses fähig? Die Quest, Nebenquests. Den Ring nehmen, gucken, was der für den Ring ist. Ausdauer. Oh, Block. Seht mich mit Blocken. Äh, 20, 130. 12 Punkte mehr? Äh. Äh. Muss nix blocken. Okay, Leute. Dann mach ich jetzt hier Schluss. Wir sehen uns in der nächsten Folge von E-Soul. Bis dahin. Schön mit Öl. Wir sehen uns in der nächsten Folge von E-Soul. Untertitelung des ZDF, 2020